Oh, scheiße. Der Typ ist so schwer zu killen. Ich hab mir eine komplette Munition auf den drauf geballert. Ich glaub nächstes Mal kommt der nicht und dann haben wir wieder Glück. Ja, dat wollte ich nochmal gesagt haben. Das ist auch das Zufallsprinzip. Wenn er kommt, dann kommt der. Wieder in uns oder... LOL, da packt so ein Typ fest und stirbt nicht! Warum ist er jetzt hier? Jetzt hab ich mir eine komplette Munition dafür findet. Scheiß Typ dafür findet. Ey, komm schon! Was ist denn das für eine Bitch? Hallo? Oh Gott. Hebert keine Munition. Ich lag ihn einfach tot. Ich hab noch nie. Alter, ohne Witz. Alter, wer diese Gestalten da erfunden hat, ne, der muss echt ein bisschen behindert im Kopf sein. Also... So will ich ein bisschen. Also, warst du der Entwickler oder was? Ach, ich kann ja mein Licht anmachen. Nee, ich kann nicht programmieren, das ist der Unterschied. Mhm. Vielleicht auch gut so. Ja. Das wäre wahrscheinlich noch viel Bescheid, aber ist rausgekommen. Ja, du. Habe ich jetzt eiskalt Kevin genannt. Alter, ich war kacke gerade das scheiß Jump'n'Run-Mann-Spiel. Sagt mich schon mal. Alter, ernsthaft? Ja, weil ich keine scheiß Ausdauer mehr hab. Nein, hinter dir, hinter dir. Da einfach diese, diese Stufe da hoch. Da, guck doch. So einfach. Ich bin fast tot, man. Ich hab noch, ich hab noch neun Prozent. Kann ich dir in ne Schwitze gehen? Ich weiß, ja, drop mal den Shit. Drop den Shit. Wop, wop, wop. Ja, guck mal, ich kann's droppen. Gerne weg. Danke. Bitte. Okay, da kommt einer wieder. Komm schon. Ja. Ich hab ihn zwei Headshots und zweimal auf die Brust geschossen. Warst du schon da drin, ja, oder? Wo drin? Im Gang. Ja, im Gang war ich drin. Aber dafür hab ich dir ne Spritze gegeben. Ey, nicht wahr, Mann. Was denn das für ne Missgeburt hier? Ganz kurz. Man sollte hier echt mehr Munition haben, finde ich. Finde ich auch. Leute, ich hoffe nicht, dass der Simon da nicht wiederkommt. Oh, shit, da kommt auch einer. Alter, der hat dich richtig angeleckt. Richtig geil, ey. Autsch. Alter, im ersten Mal. Kopfnusser passen. Oh. Äh, du darfst vor. Oh, nee, Mann. Wieder mal fast keine Munition mehr. Ach, da ist nichts mehr. Okay. Wahrscheinlich werde auch ich wieder mal das mit der Treppe verkacken. Jetzt gehst du mal davor. Er spritzt so. Ja, ich hab null Muni, ne? Kevin, hol dir die Waffe hier. Komm. Komm durchs Loch. Ja, hier ist Loch, Alter. Ja. Kevin. Lauf wieder zurück. Durch das Loch, wo man da hoch geht. Ja, da war, ich bin doch gerade hingelaufen. Nein, bist du nicht. Bin ich. Okay, du bist inkompetent. Ich komm, ja. Bist du wieder unten, oder was? Komm jetzt. Ja, durch das Loch in der scheiß Wand. Ach so. Verfekt. Wo bist du hingegangen? Durch das Loch. Scheiße. Durch das auf dem Boden, wo wir fahren. Ja, Mann. Ich dachte, da unten gibt's noch irgendwas, was du irgendwie da gelassen hast. Ja. Mann. Hier gibt's doch diese Shotgun bei der Treppe, wenn man hoch geht. Hol dir die, wenn du nur so wenig Munition hast, dann kannst du die haben. Ich hab auch zwar fast keine Munition mehr, aber... Du willst einfach nur, dass ich da durchgehe. Ey, du gehst jetzt eh voran. Fuck, Alter, warum bin ich wieder drin, Alter? Was ist da die, Bitch? Nein. Nein! Komm, Mann, Alter, ohne. Verfekt. Nein! Ah, sie ficken mich. Sie ficken mich hart. Der Gewaltiger. Hast du noch Munition? Ich brauche eine Spritze. Ich hab gar keine Munition mehr. Oh, geil. Nein, keine Munition. Deswegen... Oh, meine Fresse, Alter. ...verpissen wir uns wieder nach oben. Hm. Wenigstens ist da jetzt hoffentlich mal kein Simon. Simon, der fehlt. Spawnt einfach so random, oder was? Ja, der spawnt einfach random. Aber sehr selten. Ja, dass wir immer Pech haben, war ja klar. Dat ist klar. Den kriegt man nur mit richtigen Waffenklappen. Und ich hab's geschafft. Doch. Das Kind ist auch nicht da. Schade! Da ist was gewesen. Okay, Leute, wir haben's wieder mal geschafft. Ja, Mann, wir sind so gut. Okay. Guck mal auf deine Twitch-App. Ja, ich hab's auf dem PC. Ich seh's ja alles. Ähm. Ja, da... ...schaut einer zu. Und... ...nix geschrieben. Also, wenn irgendjemand was schreibt, dann sag ich das schon. Keine Sorge. Okay. Warum hab ich jetzt die Schock... Ich hab' nen Baum. Bist du für irgendeine Waffe, für noch Munition? Die vielleicht? Ja, okay. Stock, Alter. What the fuck. Für die auf der 2 Uhr noch Munition. Hey, komm mal, komm mal, da, David, da gibt's noch ne Spritze für dich. Ich hab' den. Da gibt's noch ne Spritze für dich, hallo? Ja, schon mal dein Leben. Ich hab' den Leben, Jürgen. Ich glaub, das wird jetzt richtig schwierig. An... Ne, ich hab' schon ne Spritze. Eine Spritze. Ja, aber ich... ...ich doch auch. Find Simon and rescue him. Aber wir haben ihn doch grad gesehen. Das war voll die Missgeburt, den will ich nicht retten. What the fuck? Ein Baum. Das ist ne Krabbe. Da ist ein Gesicht drauf. Guck mal da unten. Lol. Du solltest killen. Ey, hast du's grad gesehen? Ey, hast du's grad gesehen? Wir warten mal, bis da so'n Blitz kommt, dann siehst du... ...ja, siehst du mal, was da für Feinde sind. Wann du mal? Oh ja. Das ist wieder so'n Riese, ey. Wir müssen die killen, gell? Oder? Kann... ...möglich sein. Aber ich hab' keinen Bock, den zu killen. Stöcke. Ne Shotgun. Und Munition. Ey, David, hol die Shotgun. Ich hab' schon eine. Okay, hab's gekillt. Guck hier. Junke, ich hab' hier Shotgun. Guck mal, wir müssen hier ein bisschen alles, ähm, durchsuchen. Hier gibt's noch wahrscheinlich irgendwas. Ja, ja, ein Stock zum Beispiel. Nochmal Munition. Okay, dann lass' jetzt weitergehen. Ein Stock. Noch eine Shotgun? Ja, komm, lass' weitergehen. Okay, Leute. Die wollen uns schon mal richtig hart equippen. Warte mal. Ich equipp das mal hier, äh, hier im Jahr. Ich rück mal das Falsche. Shit, lass' nur ne Oh-Mann. Ey, gitt. Da ist so ne Samenfer. Ich hab' nämlich nur noch eine Munition, mehr hab' ich nicht. Oh, Mann, Alter. Guck mal, diese Fans. So, ich hab' null Munition, mehr in keiner Waffe. In allen Waffen, meine ich. Ähm. Geh, dann. Ich hab' noch nen Schlagstock. Ich meine, der kann auch was. Oh, nee, Alter. Oh, nein, Mann. Ich hab' keine Munition, um zu killen. Kevin, musst du alleine machen. Fuck, 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 fuck. Die sind aber auch richtig schnell dafür, dass sie so groß sind. Die haben ja auch große, lange Beine. Ja, komm, mal zurück nachladen. Die wollen uns richtig hart ficken. Alter Shit, die kommen doch nicht so weit. Fuck, ich zieh mich zurück. Ich glaub, wir müssen warten, bis der da, ähm, draußen ist. Also, bis er bei uns ist, ne? Ich kann einen Stock auf ihn schmeißen. Der kann nicht, der kann nicht weiter wie hier, Alter. What the fuck? What? Oh, mein Gott. Ich musste, glaub ich, wieder in Blasen, Alter. Ja. Ich wusste doch, doch keine Blasen. Ne, warte, warte. Komm schon, Alter. Jetzt kannst du mehr anblasen. Ja. Guck mal. Alter, was ist das für ein Typ? Oh, ja, hab auch. Davon gleich zwei und ich hab' gar keine Munition. Ich hab' noch ein bisschen Muni, warte mal. Ja. Muss man hier ins Maul schießen, oder was? Ja, am besten immer auf den Kopf oder auf den Mund oder so halt schießen. Weiß ja nicht. Okay, dann locken wir den anderen auch noch ran. Ja, ich nehm' erstmal ne Spritze. Alter Junkie. Du Bitch. Ja, warte da, warte da, der kommt nicht weiter. Das ist das Geile an den Viechern. Also hoff' ich zumindest. Ich find' die Viecher ja nicht so geil. Okay, Leute, das... Hast du noch Munition? Äh, ist jetzt ein bisschen scheiße. Hast du keine Munition mehr? Nein. Ja, ich hab' keine Munition mehr. Shit, shit, shit. Geht noch irgendwas rum? Okay, wir müssen alles durchsuchen. Alles. Ohne Witz. Ich glaub' wir haben schon die komplette Munition mitgehen lassen. Shit. Das kann's nicht sein, Alter, ohne Witz. Ja, ich schau' mal mit dem Schlagstock drauf. Geht nicht, Mann. Ich glaub' Sein Unterkörper ist irgendwie resistent. Und er kann sehr schnell... Warte mal, warte mal. Ganz kurz. Wir locken ihn ein bisschen näher an. Ah ja. Kommt der jetzt nicht weiter als da? Ach doch, guck mal, guck mal. Kann ich hoch springen, wenn ich ihn dann schlag? Warte mal. So'n Tritt in die Fresse oder so? Jetzt kommt der, jetzt kommt der. Nicht. Warum ist dein Penis abgedunkelt? Ah, ne, ist dein Busch. Geis egal. Hast gesehen? Es hat funktioniert. Ich hab' ihn getroffen. Ich bin hochge... Leuch, ich wollt' den Blasen, dann kick der mir einfach mal... Oh mein Gott, wieso wir das Level jemals schaffen? Wir respawnen... Das restartet jetzt alles. Ich glaub' da respawnt auch die ganze Munition. Ja, nö. Ziemlich gedocht, Kevin. Ja, Digga. Keine Ahnung. Vielleicht muss man dieses nochmal erklären. Du findest immer die ganze scheiß Munition und ich nicht. Da, guck mal, da. David? Ja, warte kurz. Ich hab' kurz mein Zeug rausgerüstet. Ja. Okay. Überall, in allen Ecken schauen. Da gibt's eine Spritze. Da gibt's noch nicht. Ich geh' schon mal das erste Monster, oder? Ja. Ja, Baumonster hier. Das ins Fels schießen. Nein, schieß' nicht mit der Shotgun! Verschwend' die nicht! Schade. Hä, wo ist denn meine andere Pistole hin, Alter? Shit! Hä, was ist denn los? Da sind ganz viele von den Omas. Leute! Leute! Oh, hast du die Spritze aufgehoben? Sie sind so willig. Äh, es gibt da noch eine Spritze. Ja, okay, ich hab's gesehen. Da gibt's noch ne alte Omi. Oh, fuck, Alter, aber da gibt's auch noch so'n Baum. Tänne nie im Leben schaffen, nie. Doch, Alter. Doch, Alter. Okay. Oh, nee. Okay, das war jetzt die übelste Muni-Verschwendung. Alba. Zu früh nachladen. Auch zurück, auch zurück. Das ist so das Problem. Diese Sache. Okay, der Typ plopft. Der Typ kommt. Okay, lassen wir ihn einfach hier. Warte mal, vielleicht... Der kommt hier dann nicht weiter, ne? Ey, das ist noch so'n Typ. Nach dem Typ haben wir doch keine Munition mehr. Wenn wir den überhaupt... Schließ ins Face. Das hat gar nicht... ... ... ... ...